Das ist so einfach. Oh Gott, ja klar! I wanna win this game, right now. Also, ja, 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 aha, ja, aha, shit, aha. 20 Sekunden, dann mach ich das nächste Level, komm schon! 15,77! Bist jetzt das Beste, ne? Ich Arschkind. Ich bin ein Arschkind, wirklich. Und dann soll mir jemand sagen, dass wir nicht hibbelig werden beim Spiel! Regenbogen! Die Musik ist so packend, ja! The music is so wonderful! So, 20 Sekunden, ich hab euch locker im Sack. Fuck! Komm schon! Ich will es einfach nur schaffen! Oh yeah! Damit ich endlich weg kann, deine Mutter! Bitte! Das hätten die 20 Sekunden werden können, damit ich es da raus geschafft! Habt ihr euch schon entschieden, was für ein Spiel ich spielen soll, hä? Mensch! Skyrim oder Fallout 3 oder Fallout New Vegas! Entscheidet euch, entscheidet euch! Vielleicht hab ich das auch schon entschieden! Ich nehm das hier gerade auf, das Infovideo ist noch gar nicht draußen! Aber gleich kommt es raus, das Infovideo! Soll ich mal auf die Uhr gucken! In 28 Minuten ist das Infovideo da! Ja, gleich ist das Infovideo da! Und dann geht's weiter, ihr Pimmel! Oh Gott, das wären locker 20 Sekunden geworden! Und ich Fischkind! Ich Kind eines Fisches! Das wären auch 20 Sekunden gewesen! Ich will einfach nur das nächste Level gucken! Mensch! Oh Gott, ich darf nicht so hart verkacken, wenn ich so nah an 20 Sekunden bin! So wie jetzt! 20 Sekunden! Das mach ich nochmal! 30 Minuten! Braus! 25 Sekunden! Scheiß drauf! Zack! Levelwechsel! Abnexiger! Abnexiger! Flattering Shape! Normal Level of Difficult! Wie viele Sekunden machen wir hier? Machen wir hier 15 Sekunden, oder? Alter! Das ist so dumm wie den Anfang hier! So könnte es die ganze Zeit kommen! Aber nicht diese Drehung! Tja! Hauptziel direkt geschafft! Bam! 15 Sekunden! Bittas! Nächstes Level! Second Dimension! Heart Level of Difficulty! Peasy! Das ist so easy! Das ist so easy! Ich würde sagen 5 Sekunden! Nee! 3 Minuten! 5 Sekunden will ich erreichen! Es ist scheiße! Ich verpasse einfach meinen Weg immer, weil ich irgendwo noch an so ein Eckchen knall! Okay, das war voll falsch! Okay, das sehe ich ein! So! Jetzt! Ah Leute! Bald habe ich Epilepsie! Und jetzt bin ich wieder so überblendet, weil das Scheiße das Level so hell ist! Ich bin verblendet! Nein! Was gibt es noch? Hardest Level of Difficulty! Machen wir das Hardest Level! Alter! Ist das schwer, Mann! Viel einfacher wie das! Davor! Ey! Das ist als würde einem einer irgendwie auf den Kopf schlagen die ganze Zeit! Hör doch mehr auf den Kopf zu schlagen! Lalalala! Krass! Rob! 3 Sekunden! 3 Sekunden werde ich wohl schaffen! 2,3! Fuck! Fast 3! Ich höre erst auf wenn ich 3 Sekunden habe! Oder ich sterbe! Oh Gott! Das wären locker 50 Sekunden gewesen hier! Wenn das Level so einfach anfängt! 3,4! Cheers! Pfff! Oh! Nex! Is a special level of difficulty! Voll easy! Okay! Hier auch 3 Sekunden locker! Das wären locker 10! Oh! Okay! Da kommen einfach geschlossene Ringe auf mich zu! Hello! Okay! 2,9! Lächerlich! Da hätte ich auch locker noch 1 Sekunden mehr geschafft! Ja! Okay! Was haben wir noch? Do you like pay? Das ist viel einfacher! Ey! Das ist aber echt einfacher! Das ist auch einfach eigentlich! Ich weiß nicht warum ich es nicht hier gepacken bekomme! 3 Sekunden habe ich will 5 machen hier! 5! Okay! Golden Ratio! Relax with the spirals! Das ist nicht relaxen! Mann! Nein! Das ist auch der größte Scheiß! Die Dinger hier! Weil man nicht durchfahren kann einfach! Krass! 3! Wann das 3 gerade eben? Ich habe vorhin sogar schon die 5 gehabt! So! Okay! Das war's! Das war's! Komm jetzt spielen wir noch das Hardcore Level! Hier! 3,4! Das ist das schlechteste! Das spielen wir jetzt auf der Difficulty! 1,4! Los geht's meine Damen und Herren! 3 Sekunden! Das schwierigste Level auf der schwierigsten Schwierigkeitschufe! Ich stehe erst auf wenn ich die 3 Sekunden habe! Fuck! Ich werde noch ein bisschen sitzen! Das war so ein leichter Anfang gerade eben! Nein! Ich drücke auf Go! Oh Gott! Das wäre auch so einfach gewesen! Oh mein Gott! Ja! 3,4! So! Lang jetzt für die Aufnahme! Ich habe jetzt kein Bock mehr! Hat aber Spaß gemacht! Vielen Dank für den Vorschlag! Du wirst ja noch eingeblendet! Das hat nämlich jemand vorgeschlagen! Ist aber schon so lange her! Ich... Den Namen weiß ich jetzt nicht! Bewegt sich das Level gerade oder sind das in meine Augen? Ja! Okay! Also ja! Vielen Dank für den Vorschlag! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.